Die Hübsche Frau Sie glauben gar nicht, wie der an der Leine zieht, wenn er ein paar besonders hübsche Beine sieht. Mein Hund beicht jede hübsche Frau ins Bein, und ich, ich lad sie dann zum Kaffee ein. Und wenn sie um den Hals gefällt und sagt, mein süßer Hans, dann redet er vor Freude mit dem Schwanz. Die Hübsche Frau 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018